Die Top 5 der besten Umami Bento Boxen Ich habe die Umami Bento Box für erwachsene Kinder ausprobiert und bin positiv überrascht. Die Box ist sehr praktisch und vielseitig einsetzbar. Ich konnte die Box sowohl in der Mikrowelle als auch im Gefrierfach problemlos verwenden. Dank der vier mitgelieferten Bestecke und dem Soacentopf ist die Box ideal für unterwegs oder auch im Büro. Auch die Reinigung in der Spülmaschine war kein Problem. Besonders lobenswert finde ich, dass die Box BPA-frei ist. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf und kann die Umami Bento Box mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ich liebe meine neue Umami Bento Box. Diese Premium Edition ist einfach unglaublich. Die schwarze und sapele Farbkombination sieht super stilvoll aus und das 1200ml Volumen der Box macht sie perfekt für Erwachsene oder Kinder. Die Box hält dicht und hält essenlange frisch. Es ist auch einfach zu reinigen. Ich bin immer begeistert, wenn ich sie benutze. Ich denke, jeder sollte eine Umami Bento Box haben, um das Essen unterwegs leichter zu machen. Ich liebe meine neue Umami Bento Box. Sie hat alles, was ich brauche, um unterwegs zu essen, zwei große Behälter für meine Mahlzeiten, einen kleinen Behälter für Soße und vier Bestecke. Das Design ist stilvoll und modern und die Größe ist perfekt für Erwachsene oder Kinder. Ich liebe auch, dass es für die Mikrowelle, Spülmaschine und Gefrierschrank geeignet ist und dass es BPA-frei ist. Die Box hält mein Essen sicher und frisch und ich fühle mich gut dabei, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen. Ich empfehle diese Bento Box jedem, der unterwegs ist oder Lunchboxen liebt. Ich habe die Umami alles in 1 Bento Box gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Die Box hat genug Platz für meinen Salat, meine Snacks und mein Mittagessen. Es ist sehr praktisch, dass sie mit Besteck und einem Soßenbehälter geliefert wird. Außerdem ist die Box auslaufsicher, was ideal ist, wenn man sie in der Tasche verstauchen will. Nach der Benutzung lässt sie sich einfach reinigen und ist somit schnell wieder einsatzbereit. Ich würde die Umami Bento Box jedem empfehlen, der eine praktische und stilvolle Möglichkeit sucht, um seine Mahlzeiten unterwegs zu genießen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Umami All-in-One Bento Box. Mit einem Fassungsvermögen von 2000 Millilitern sind alle meine Mahlzeiten gut aufgehoben und die auslaufsichere Funktion gibt mir die Sicherheit, dass nichts ausläuft. Das mitgelieferte Besteck und der Soßenbehälter ermöglichen es mir, meine Mahlzeiten nach meinen Wünschen zu gestalten und die verschiedenen Fächer helfen mir, meine Mahlzeiten getrennt zu halten. Die Box ist einfach zu reinigen und eignet sich perfekt für Meal Prep. Ich kann diese Bento Box jedem empfehlen, der eine praktische und gut organisierte Mahlzeitlösung sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.